Wir sind hier in Siede. Das ist die Anlage, die Außenanlage. Wir sind nicht direkt hier am Wasser. Wenn man am Wasser gehen möchte, muss man hier aus dem Hotel raus und so ungefähr 50 bis 60 Meter laufen, bis man am Strand ist. Diese Straße, wo man hier runter geht, auf der linken Seite, haben wir alle Läden. Was man alles hier kaufen kann, Souvenirs, Klamotten und alles, was es in der Türkei gibt. Und diese Straße geht hier zum Strand. Es gibt zwei Wege, am Poolraum zu kommen, entweder vornherein oder kann man auch hier seitlich, wo bis um 18 Uhr offen ist, in den Raum reingehen, in den Hotel reinkommen, durch die Seitentür. Wir kommen durch diese Tür jetzt hier rein. Wir haben außerdem einen Raum als Hamam, was auch die Massage hier stattfindet, Sauna und auch Sportgeräte, beziehungsweise Disco gibt es in Unterestock. Das Essen gibt es hier in diesem Raum hier, hinter dem Fenster, was wir hier sehen. Wir gehen jetzt im Hotel rein. In dem Hotel gibt es auch einige Räumlichkeiten, wo man Souvenir, Juwelier und so etwas kaufen kann. Wir sind hier im Erdgeschoss. Speiseraum ist auch in dem Erdgeschoss. Hier steht aus vier Etagen. Rezeption. Rezeption. Bar. Dann sind wir hier, wieder dort, wo wir als Erste waren. Dann. 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 Dann.